Guten Morgen, ich habe heute richtig gute Laune und ich habe jetzt richtig Lust mit dir die Morning Session ungeschminkt zu machen und ein Workout zu machen. Ich mache immer 20 Minuten ein Workout morgens und du kannst jetzt direkt mitmachen vor deiner Arbeit, vor der Uni, vor der Schule, wenn du es noch schaffst. Ja, wir trainieren heute die Arme und wenn man sich mal vorstellt, wenn man 20 Minuten fünfmal die Woche macht, ja wirklich jeden Morgen 20 Minuten ein Workout macht, dann hat man in der Woche schon 1,6 Stunden Workout gemacht. Ist das nicht geil? Ja, da bist du einfach mal aufgestanden, hast einen Workout gemacht und bist sowieso noch halb verschlafen und danach richtig fit und dann hast du schon über anderthalb Stunden Sport gemacht und kannst es schon zu deiner Bilanz ziehen, kannst mehr essen, bist auch frischer für den Tag, kannst positiv in den Tag starten. Ja, ich stehe immer um 7 Uhr auf, jeden Morgen und mache dann immer meinen Workout. Also wir haben jetzt wirklich Viertel nach sieben hier. Es ist keiner wach hier in der Gegend im Haus und es ist keiner hinter der Kamera, keiner wollte so früh bei mir hier aufnehmen. Ich kann es aber auch irgendwie verstehen. Ja, ich bin so ein bisschen aus dem Bett mitgefallen, also weil ich ja mitten im Traum war und der Wecker hat dann geklingelt und hat mich voll rausgerissen. Dann ist man ja meistens so ein bisschen verkletscht. Naja, aber ich freue mich jetzt hier. Ich habe auch immer ein Glas Wasser dabei, also schön trinken. Morgens habe ich immer so einen trockenen Mund. Das ist schon wichtig. Solltest du dir auch so ein Glas Wasser oder eine Wasserflasche hinstellen. Okay, lass uns starten. Ich nehme jetzt erstmal eine Hantel, eine kleine Hantel von mir, beziehungsweise zwei. Das sind 0,5 Kilo. Ja, wir stellen uns jetzt den breiten Stand hin. Schultern zurück und jetzt die Ellbogen immer nach oben und die Arme ausstrecken. Ausatmen nicht vergessen. Ellbogen gucken nach oben zur Decke. Also ich dusche dann immer nach dem Workout. Nein, vorher nicht, sondern danach, weil ich schwitze ja jetzt. Und dann muss ich natürlich danach duschen. Und ja, ich stehe immer eine Stunde früher auf, als ich eigentlich aufstehen müsste. Minimum, um so ein bisschen Zeit für mich zu haben. Und das tut mir richtig gut. Das habe ich festgestellt. Da gibt es auch schon ein Video von mir zu. Und ich weiß nicht, also ich brauche das irgendwie morgens. Also wenn ich dann echt dieses Workout gemacht habe, bin ich danach total fit, bin gut gelaunt, habe voll viel Energie für den ganzen Tag. Und das ist wirklich das A und O bei mir. Und ich rate das jedem, weil es für mich so, ja, eigentlich ein richtiges Geheimnis ist, um richtig fröhlich und glücklich im Leben zu sein. So, jetzt die Ellbogen zeigen jetzt nach hinten. Ja, das tut gut. Ja, ich würde mich freuen, wenn du jetzt echt direkt mitmachst, damit ich nicht so alleine bin. Du kannst auch eine Wasserflasche nehmen, wenn du keine Handeln hast. Jetzt die Ellbogen zum Boden zeigen lassen. Lächeln nicht vergessen, damit du auch positiv in den Tag startest und auch die beste Voraussetzungen hast, um gut gelaunt zu sein. Das macht bei mir total viel aus, wenn ich morgens schon einfach lache und fröhlich bin und auch so zu mir einfach selber grinse. Auch wenn ich mich dann im Spiegel sehe, grinse ich mich einfach mal an. Das tut mir gut, das habe ich gemerkt. Das hört sich vielleicht ein bisschen verrückt an, aber das tut mir wirklich gut. Und dann musst du ja was dafür tun, wenn du eine gute Laune hast. Das kommt ja manchmal nicht von alleine. Und auch Schultern zurück bzw. runter und auch die Bauchmuskeln anspannen, damit du einen stabilen Stand hast. Jetzt nach oben drücken und der Fokus ist oben, oben, oben. High, high. Juhu. Und Schultern unten lassen. Yeah. Ja, viele haben mich auch immer gefragt, was ich denn morgens so mache, wie ich mich fit mache, was so morgens bei mir los ist. Und ja, deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt mal hier die Reihe. Dann siehst du mal was neben mir. Ja, morgens zu reden ist ein bisschen schwierig. Dann siehst du mal, was bei mir morgens los ist. Und jetzt den Fokus runter. Runter. Down. Down. Yeah. Also ich mache ja auch High Wraps, deswegen auch die kleinen Handeln. Die leichten Handeln. Wenn ich weniger Wiederholungen mache, dann nehme ich natürlich mehr Gewicht. Okay, jetzt unten lassen. Jetzt gehen wir immer zur Seite. Dann machen wir immer zu und auf. Zu und auf. Aber richtig drehen. So richtig, sehr genau. Ja, es ist arschkalt hier. Draußen zumindest. Also nicht hier drin, sondern draußen. Und ja, es ist ja Winter, sieben Uhr morgens. Es ist total dunkel, als ob wir Nacht hätten. Das hat mein Körper damals schon nie aufgedacht, als ich heute Morgen aufgewacht bin. Da war ja mitten im Traum. Okay, Arme jetzt hier lassen und immer nach hinten. Die Arme hinten. Hinten. Und hier auch die Ellbogen nicht zu tief. Also schön auf einer Linie lassen. Kannst auch mal die Augen zumachen. Wenn die Anspannung groß ist. Ja, also das ist ein mega anstrengendes Wurkartel jetzt auch. Das weiß ich. Aber ich brauche das morgens irgendwie. Und ohne, ja, von nix kommt nix, ne, sage ich immer. Okay, kurz lockern. Jetzt die Arme nach vorne. Handflächen nach oben. Nach oben, oben, oben. Pressen. Squeezen. Juhu. Und auch nicht zu viel Power für diese Handeln haben, sondern nicht so krasse Fäuste machen, dass du so krampfst, sondern Handflächen aufmachen, Handflächen öffnen und dann die Handeln immer so nach oben drücken. Und jetzt immer nach links und rechts und immer zu dir hin, zurück, hin, zurück. Und jetzt stehen bleiben, Handflächen umdrehen und nach oben. Okay, ja, jetzt merken wir was, ne? Also ich auf jeden Fall. Okay, einmal kurz ausschütteln und Beine, Füße zusammen. Halbkreis machen mit deinen Armen und den Ellbogen so nach hinten führen. Aber nicht zu viel Schwung, sondern wirklich führen, sodass du es hinten spürst. Also ich achte hier gerade nicht auf sehr viel, ob ich jetzt irgendwie das bestimmte Zählzeiten lang mache, sondern ich mache es nach Gefühl. Andere Arm. Ja, und dieses Training, diese Workouts haben auch irgendwas Meditatives für mich. Wenn ich mich so auf die Wiederholungen konzentriere. Und ja, das ist für mich auch eine Art Abschalten und Kopf frei bekommen. Ich habe es auch morgens mal mit anderen Sachen probiert, also wirklich dann eine Meditation zu machen. Aber das ist irgendwie nichts für mich. Das habe ich auch im letzten Video mal erzählt, so eines von meinen letzten Videos. Da habe ich mal darüber gequatscht. Jetzt beide Arme, also abwechselnd erst mal. Rechts, links, rechts, links. Ja, mich würde mal interessieren, was bei dir in der Morning Session nicht fehlen darf. Oder in der Morning Routine eher gesagt. Was ist die Sache, die du morgens immer machen musst, die dich so richtig gut in den Tag bringt? Das würde mich interessieren. Okay, schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Und jetzt nach hinten. Beide gleichzeitig. Geraden Rücken. 45 Grad hast du ungefähr. Bist leicht nach vorne gebeugt. Ja. Einmal squeezen. Ja, das ist einfach halten, halten. Richtig fest zusammen squeezen. Und lösen. Und lösen. Sehr gut. So, eine Hand legen wir jetzt weg. Link das Bein nach vorne. Reich ist zurück. Ein bisschen, ja, Knie beugen. Linke Hand hier drauf. Rechten Arm neben dich. Ganz nah an den Körper. Und jetzt nach hinten immer squeezen. Push, push, push. Schön für den Trizeps. Schultern zurück. Nah an deinem Körper lassen. Oh ja, das tut gut. Hier Handflächen auch offen lassen, wenn es geht. Bei einer Wasserflasche geht es natürlich nicht. Bei der kleinen. So, am Anfang hatte ich auch die Wasserflaschen. Damit geht es auf jeden Fall auch. Habe ich ausprobiert. Also, wenn du noch keine kleinen Handeln hast, kannst du die auf jeden Fall nehmen. Ja, schreib mir auch mal gerne in die Kommentare, was du morgens hier bei der Morning Session mal gerne sehen würdest oder mitmachen würdest. Würdest eine bestimmte Übung oder eine bestimmte Art oder für eine bestimmte Muskelgruppe, was du gerne noch haben würdest. Das würde mich auch brennend interessieren. Also, schreib es mir gerne, gerne unter dem Video in die Kommentare. Okay, und jetzt immer nach hinten. Push, push. Also, mit dem Unterarm immer pushen. Trotzdem Arm nah bei dir lassen. Nah am Körper. Geraden Rücken. Kopf in Verlängerung der Wöbelseile. Ja, und diese Stunde alleine sein und Zeit für mich haben. Frühstücke ich auch immer ganz gemütlich. Ich liebe mein Frühstück. Und ja, auf jeden Fall Workout vor dem Frühstück machen. Dann sind die Glykogenen speicherleer. Dann kannst du viel, viel besser Fett abbauen, weil keine Energie im Körper ist, wo dein Körper erst rangehen kann, bevor er ans Fett geht. Frühstück vor dem Workout ist ein unglaublicher Killer für dein Fett. Ja, wirklich. Und außerdem, mit vollem Magen könnte ich gar keinen Workout machen. Das geht überhaupt nicht wirklich schlecht. War aber richtig. Und jetzt weiter. Wieder angeschränkten Armen. Und nach oben. Squeezen. Und auf alle Viere gehen. Gerade Rücken. Bauchmuskeln anspannen. Und jetzt pushen. Nach hinten. Mit dem Unterarm. Ja, mir wird auch jetzt schon richtig warm. Okay, jetzt weiter nach oben und den Kopf ablegen. Geraden Arm, gestreckten Arm. Das tut gut. Der beste Start in den Tag. Auf jeden Fall. Jetzt pushen mit dem Unterarm. Okay, und jetzt auf den Bauch legen. Linken Arm auf den Rücken. Und weiter. Squeezen. Gestreckt. Oh ja, das tut weh. Gleich hast du es geschafft. Hey, wenn du mitmachst, ja. Dabei bleibleibst du so aktiv. Das ist richtig gut. Okay, noch ein paar Sekunden. Okay. Und lösen. Kurz ausschütteln. Und mal kurz einen Schluck nehmen. Meine Mund ist total trocken vom ganzen Reden. Das erste, was du morgens machen solltest, ist ein Glas Wasser trinken. Ein ganzes Glas. Am besten noch mit warmer Zitrone. Und so ein warmes Wasser mit Zitrone. Okay, andere Seite. Das gleiche. Jetzt pushen wir nach hinten. Den linken Arm schön ausstrecken. Schön ausstrecken. Na, am Körper. Und dann nach dem Workout direkt noch ein Glas Wasser trinken. Das füllt auch den Magen. Und viel Wasser trinken ist immer gut. Du siehst dadurch frischer aus und das ist auch gut für deine Haut. Vor allen Dingen müssen auch diese ganzen Giftstoffe und Fettzellen aus dem Körper gebracht werden. Und das ist mit dem Wasser möglich. Und vor allen Dingen die Giftstoffe kriegst du mit der Zitrone gut weg. Die ist optimal dagegen. Schultern zurück. Okay, und jetzt mit dem Ellbogen immer nach hinten kicken. Kick. Juhu. Ja, ich freue mich schon auf den Tag. Und vor allen Dingen auch aufs Wochenende fahre ich weg. Ja, es macht Spaß. Ein bisschen was anderes sehen. Ja. Ja. Und leg dir auch immer deine Sachen schon parat, also deine Klamotten, dein Outfit vor dem Workout. Dann musst du dann wirklich nur noch reinspringen und loslegen. Dann musst du gar nicht jetzt überlegen, was du anziehen sollst oder so. Und dann ist es auch einfacher loszulegen. Glaub mir, es ist viel, viel einfacher. Und ich gehe jetzt nochmal ab, alle Viere. Schön. Squeeze. Squeeze weiter. Ja. Und mit dem Unterarm jetzt. Also mir hilft es auch, wenn man so laut aussah, hat man auch, wenn sich das komisch anhört, weil ich das Ausatmen dann nicht vergesse, weil deine Muskeln brauchen nämlich Sauerstoff, und das Ausatmen kommt eigentlich von selbst. Da muss man nicht mehr viel tun. Okay, Kopf jetzt ablegen und wieder gestreckten Arm und squeezen. Schön über der Hüfte lassen, nicht zu tief squeezen. Jetzt Arm kicken mit dem Unterarm. Ja, das schmerzt schon, aber halte durch. Komm, wir machen das. Wir schaffen das zusammen. Okay, einmal hinlegen auf den Bauch. Rechten Arm, hinter sich auf den Rücken legen. Okay. Okay, ablegen. Oh, krass. Das tut gut. So, Handel weg, ausschütteln, nochmal einen Schluck nehmen. Jetzt machen wir noch ganz kurz die Bauchmuskeln. Zur Seite, auf die Seite legen. Füße aufeinander einstützen. Und jetzt hoch, hoch, hoch. Schön für die seitlichen Bauchmuskeln. Jetzt. Hier über der Schulter bleiben. Der Arm ist unter der Schulter. Okay, ablegen. Andere Seite. Oh Mann. Jetzt fliegt hier mein Dings wieder weg. Irgendwie fliegt man jetzt immer runter. Wenn du mal einen Tipp hast, damit es nicht immer runterfliegt. Sag mir mal was. So. Okay. Andere Seite. Also, sag mir mal, was ist gut. Schreibt mir das in die Kommentare. Wenn du tippst, lass. Geh hoch. Einstitzen. Okay. Ablegen. Und jetzt ein bisschen Criss-Criss. Auf den Rücken legen. Und jetzt immer Ellbogen und Knie zueinander bringen. Okay. Gleich haben wir es geschafft. Wir haben wirklich 20 Minuten gemacht. Okay. Ablegen. Das tut gut. Jetzt kann der Tag kommen. Ich bin fit. Ich hoffe, du auch. Ich finde es richtig geil, wenn du mitgemacht hast. Schreibe mir mal, wie dir diese Morning Session gefällt. Und was du dir wünschst. Vor allen Dingen in die Kommentare. Alles rein, damit los, los, los. Okay, ich freue mich, dich im nächsten Video zu sehen. Ich wünsche dir den schönsten Tag überhaupt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Tschüss. Untertitelung. BR 2018